LEM Consiglia di Melectronics. La tecnica spiegata semplicemente. Natürlich kann man es auch problemlos reinigen. Ausserdem lassen sich die Einsätze direkt im Gerät verstauen, so dass sie nicht verloren gehen und Platz gespart wird. Der Fresh Express hat einen leistungsstarken 260 Watt Motor und einen Turbomodus, damit man auch harte Zutaten wie Peperoni oder Blumenkohl einfach zu kleinern kann. Zudem müssen die Zutaten nicht vorgeschnitten werden, weil der Einfüllschacht breit genug ist und durch das Direkt-Serviersystem landet es gerade auf dem Teller. Jetzt nochmal die wichtigsten Punkte. Der Moulinex Fresh Express Max ist vielseitig mit 5 Einsätze, ist leistungsstark, mit Turbomodus und er ist sehr einfach zu bedienen. Wer sich persönlich von diesem Gerät überzeugen möchte, begrüssen wir herzlich in einer unserer Melectronics Filialen. Wir freuen uns und ich danke fürs Zuhören.